Eines der nicht gerade günstig bepreisten Sims 4 Packs kann derzeit komplett gratis heruntergeladen werden. Alles dazu jetzt! Ich habe aktuell so ein bisschen das stumpfe Gefühl, dass EA gemerkt hat, dass Weihnachten ist. Es gibt nämlich nochmal ein neues Accessoire-Pack für D-Sims 4 komplett gratis. Das D-Sims 4 romantische Garten-Accessoire-Pack kann derzeit für alle Plattformen, also PC, PS4 und Xbox, komplett kostenlos heruntergeladen werden. Geht einfach auf die jeweilige Store-Seite bzw. sucht nach dem Pack und ihr könnt es euch einfach mit einem Klick herunterladen. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch jetzt ein kleines Déjà-vu hat und sagt Lars, du hast dich vertan. Aktuell ist das mein erstes Haustier-Accessoire-Pack gratis und nicht romantische Garten. Ja, tatsächlich ist das kein Fehler, sondern es gibt wirklich gerade zwei Packs für D-Sims 4 gratis. Das gab es so in der Sims-Reihe noch nie. Ich will auch gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen, warum ich denke, dass EA das macht. Vorher schauen wir uns aber nochmal kurz das Pack an. Ich bin ganz ehrlich mit euch, dieses Accessoire-Pack hat schon ein paar coole Objekte. Alles ist so ein bisschen in diesem romantisch angehauchten Stil. Okay, wow, ganz ehrlich, bei dem Pack-Titel war das jetzt auch keine sonderliche Überraschung. Allgemein hat der Cars jetzt nicht so die riesigste Auswahl, aber die Frisuren sind an sich eigentlich echt ganz nett. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich gerade die Kleider, die frisch dazugekommen sind, früher ganz oft benutzt habe. Vor allem dieses Gesamtautfit hier sieht ja schon echt schick aus. Mit diesem Accessoire-Pack ist auch dieses Gemeinschaftsgrundstück ins Spiel gekommen. Ein wirklich schön gestalteter Park. Dass Grundstücke von EA richtig schön sind, kommen bei D-Sims 4 leider eher weniger oft vor. Und auch im Baumodus gab es schon eine nette Auswahl an so viktorianischen Objekten. Wem Gluteus Maximus nichts sagt, googelt es auf jeden Fall mal. Da haben die Entwickler auch eine kleine lustige Anspielung hier eingebaut. Aber ich finde, das wahrhaftige Highlight dieses Accessoire-Packs war auf jeden Fall der Wunschbrunnen, bei dem man sich verschiedene Sachen wünschen kann. Der Wunsch konnte entweder in Erfüllung gehen, es ist irgendwas Neutrales rausgekommen, oder es kann sein, dass der Wunsch absolut nach hinten losgeht. Der Brunnen war auf jeden Fall alles andere als zufrieden von unseren Gaben. Wir haben jetzt hier ein trauriges Moodlet erhalten. Oh, jetzt tut sie mir fast schon ein bisschen leid. Hoffnungslos verliebt ist auf jeden Fall ganz schön unglücklich. Ganz ehrlich, für uns Spieler ist es wirklich toll, dass wir gerade diese Gratis-Packs erhalten. Die Sims 4 ist ja schon teuer genug und ich glaube, da ist es doch ein ganz netter Ausgleich. Also sichert euch gerne dieses kostenlose Pack. Ich meine, es ist gratis, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen. EA gibt die Packs natürlich nicht einfach so raus, weil sie einfach total nett sein wollen. Man muss auch mal bedenken, wie alt diese Accessoire-Packs schon sind. Also romantische Garten und mein erstes Haus, die haben ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Vielleicht sind das auch erstens Accessoire-Packs, die bei der Community allgemein nicht so gut angekommen sind. Und zweitens, mit denen EA dann auch aktuell nicht mehr so viel Geld verdient. Vermutlich wollen sie dann auch einfach den Verkauf der anderen Packs pushen. Wenn man ein Pack gratis bekommt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man vielleicht mal schaut, was es noch so für Packs gibt. Schlägt man dann vielleicht auch beim EA-Sale dann nochmal zu. Wenn ihr gerade noch andere Packs im Auge habt, die ihr euch gerne holen wollt, schaut gerne bei Instant Gaming vorbei. Link ist in der Beschreibung. Dort gibt es viele verschiedene Spiele und auch Die Sims 4-Packs, deutlich günstiger, teilweise bis zu 50%. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass so im letzten halben bis dreiviertel Jahr die Begeisterung und allgemeines Interesse an Die Sims 4 ein bisschen runtergegangen ist. Man merkt bei ganz vielen verschiedenen Sims-Youtubern, dass die Aufrufzahlen bei den Videos ein bisschen runtergehen. Und da hilft dann so eine kostenlose Aktion natürlich auch wieder, um die Leute so ein bisschen wieder an Spiel zu fesseln. Freut ihr euch über die Möbel des romantischen Garten-Accessoire-Packs oder lasst ihr dieses Pack wahrscheinlich in eurem Spiel verrotten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf SimsBlog.de wieder.